So, jetzt sind wir in Dalaran, wie man sieht. Ja, ähm, okay, da die Christus, die eh mitläuft. Ich muss auf jeden Fall erstmal reparieren. Ah, hier, guck mal, reparieren. Das absolute Arsenal. Ich nehme mich mal in den Mund. Ja, so, äh, so was habe ich nicht. Das ist ja auch geil. Guck mal, ich bin ein grauer Gegenstand, 89 Gold wert, ne? Aha. Wir sind ja so arm am Anfang. Ich habe ja lauter alte Klamotten, aber dann guck ich später erst gut. Obwohl, ähm. Was, was, was? Na, was? Ja, pass auf, kann ich schon wegkommen hier. Obwohl, ich bin so ein Sammler, ne? Ich weiß immer nicht, ob das wegkommoliert ist. Obwohl, hier, das kann weg. Hm, ja. Gut. Das fällt alles. Was, was, was willst du tun? Ähm, ja, lass mal hier jemanden finden, wo man Europa lernen kann. Komm. Da, irgendwo ist... Hier, hier, hier ist es in Stadtwochen. Das, du weißt doch, wie er diese Viertel ist. Lehrer. Da muss man hin. Hinter mir, hey. Wandelsmarkt der Magier. Ich hab schon, äh, also... Was, was, was? Was, was hast du... Was willst du denn lernen? Ich mach jetzt... Also, ich mach... Scheiße Wunde jetzt. Lehrer. Kräuterkunde. Ähm. So, ich muss noch ein bisschen... Nee, ich will Schmiedekunst und, ähm, was ist das andere? Werkbau, ne? Scheiße. Schmiedekunst? Hm. Mach ich erstmal. Oh, ich arbeite so viel im Leben. Ich sammle nur. Wo ist der denn? Ah, hier irgendwo drin. Ich muss irgendwie in dieses Gebäude... Nämlich Körschnurin. Was ist das hier? Schmiedekunstlehrer! Kann ich euch helfen? Ja, kannst du mir helfen. Können, bist du? Soll ich dir helfen? Vorbei? Vorbei kann ich dir helfen. Nene, der meinte, kann ich dir helfen, weil kann ich euch helfen? Achso. So, und Bergbau brauche ich aber auch noch. Ich hoffe, ist der auch hier? Schmiedekunstlehrer. Äh, äh. Sammel zehn Brocken, äh. Er hat mir erst gleich mal eine Quest auf Sorge gedrückt, hier. Körschnurin. Ich muss aber noch für Hütten leeren, irgendwie. Äh, ne, nicht Bergbau. Hier, 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 hier oben. Was denn hier? Muss ich jetzt ein Messer haben? Bergbau-Lehrling. Ich glaub, äh, weiß ich gar nicht, irgendwie so. Seid auf der Hut. Gibt mir ein Messer. Dann gibt's keine Messer. Ich weiß auch nicht mehr, ob man das braucht, weil mir fällt grad auf, ich brauch da ja auch eigentlich einen Hammer, ne? Zum Schmieden. War jedenfalls früher so, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt noch braucht. Hallo. Schmiedehammer und Spitzhacke, offensichtlich, also, da man's noch kaufen kann. Hier kann man sogar Pläne kaufen, bei der er sich dort. Aha. Ich kauf das jetzt, obwohl ich nicht weiß, ob man's braucht. Schwacher Fluxus, starker Fluxus, da gab's noch einen mittleren früher. Wenn nötig, stufe 103. Okay. Lebt wohl. Ich will kein Ingenieur sein. Ich hab doch noch ein Rezept hier, das ist ja so. Ohne. Okay. Da kann ich bestimmen müssen. Kann ich noch was. So, und ich nehme... Kräuter... Kräuterer? Wann was? Ja, wie steht eine Pelt- und Lederhändler? Aha. So kann ich nicht mal mit. Oh, die Klabusterbärenbande. Hm. Das kann ja sein, ne? Wo ist man? Ja, Kräuter, ne? Kräuterer? Kräutererer. Geh weg, Alter. Ich seh nix. Geh weg, Alter. Uwe war ja auch im Auktionshaus, würd ihr gerne machen? Achter, aber, ne. Chemie? Guck. Oh Gott. Uwe, oh, stumm auf. Stumm auf. Oh. Hast du jetzt deine Berufe, oder wie? Ich will ein Kräuterlehrer. Still. Frag doch ne Stadtwache. Keine Ahnung. Textilie. Frag doch ne Stadtwache. Was sind die Stadtwachen? Ich steh da überall rum hier. Zum Beispiel hier, direkt da wo ich hingucke. Ähm. Leere und 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 und. Kräuter kommt auf. Keine Katzen wieder. Ist das kompliziert. Das ist so komprimiert. Es ist der Wuhnland. Ich hör hier komische Geräusche. Wie komische Geräusche? Die röcheln hier die ganze Zeit nur. Ich hab das. Ok. So. Was geht? Bin mal gespannt, obwohl ich lass mich da überraschen. Was diese ganzen, äh, aktuellen Handwerksmaterialien in der Motion so kosten. Mhm. Ich geh mal von viel Geld aus. Das heißt, wir müssten demnächst mal richtig Gas geben und dann, ne? Mhm. Wenn stehst du morgen auf? Keine Ahnung. Wieso? 14 Uhr und... Was? Was? Ich muss ja arbeiten. Ach, ne. Ich muss ja, Samstag. Ich nehme jetzt, jetzt nehme ich erstmal die... Warte mal. Ja. Kehrt zur Teufelshammer zurück. Urteil. Schlachtenfürst hat mich angewiesen, euch zu suchen. Sprecht mit Schlachtenfürst Gadon auf dem Teufelshammer. Okay, ich nehme das mal an, aber... Wollen wir die andere Quest erstmal weiter machen, oder? Ja. Also, dann ab zum Flugpunkt. Und dann gehen wir wieder hin. Ah, warte, ich muss die... Ich hab aber nicht die neuen... Sollen wir gucken, wie die neuen Fläschchen... Hm, aha, ja, 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 das können wir auch noch schnell machen, ja. Wo waren diese Auktionsvorschläge? Ähm. War das hier, wo man immer ausgeschmissen wird? Oder da, wo alle hinten stehen? Hehehe, ich glaube nicht. Oder doch. Ach, dann fragen wir ja die... Sind die? Ähm. Gibt's ja viel ganz vor. Ist das bitte? Die haben keinen Auszinsatz? Die Schatten seid... Äh. Seid vor sich. Seid vor sich. Warte mal, aber mal eins. Jedenfalls in dem... Äh. Davor. Ja, eben. Ne, da gibt's ja wahrscheinlich gar nichts. Also müsste man wahrscheinlich noch sturmwöhnt. Mhm. Wie kommen wir hier zurück? Weil ich hab ja nur die alten Fläschchen von... Egal, komm. Willst du sie haben? Naja. Bist du? Es ist spät. Ähm. Und ne. Hier hast du Futter. Hier hast du Fläschchen. Hier hast du Doros. Taaack. Dankeschön. Bitteschön. Gerne. Zieh mich mal unten in die Lifestyle. Gute. 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 Äh. Ist hier der... Hier ist der Flugpunkt. Doch, hier ist er doch. Hier. Weißt du, wo die wir fliegen müssen? Ne, ehrlich gesagt nicht genau. Mhm. Ich bin hier. Ist der? Ist der jetzt da? Ja. Es fängt. Aber wir haben ja nur zwei Flugpunkte. Lorna's Wacht, Sturmheim und Feldlazarett. Ist das richtig? Ich hab drei. Ich hab nur zwei. Hm. Weil welche... Ich bin... Ja. Ich weiß nicht wo ich hinsehe, muss man schon sagen. Wir haben da in Sturmheim angefangen, in Waldis. Sturmheim. Ich hab doch nur... Ich hab doch gesagt, das Feldlazarett, der Himmelsfeuer oder Lorna's Wacht habe ich. Gut, dann nehmen wir... Feldlazarett, oder? Ne, wir nehmen Lorna's Wacht. Mhm, ich klicke da jetzt drauf, ja. Mhm. Viel Glück. Aber du fliegst mit, äh, anderen Tierern zu. Ja, das ist mir auch grad aufgefallen, ich dachte grad er ist so, wer es das... Hm. Ja. Da sieht der krass aus von Ruhm. das hat irgendwas so wie so altorientalisch oder so kohle der markt ganz was feines die die was? pur pur dickicht Ich denke nicht. Ach so. Ich will schreien. Ich hab... Ja? Ich müsste doch noch andere Flugpunkte haben, aber wahrscheinlich gibt's da grad keine Verbindung zwischenpunkte oder so. Also ich hab noch zwei hier. Naja, ich hab dann nur noch das Feldlazarett. Dann hast du den letzten nicht angenommen. Doch. Ach, die sind doch... Nee. Hast du den nicht angenommen? Ja, pass mal auf. Lass mal zum Feldlazarett drüber fliegen, weil von da aus wär der Questpunkt ja näher, oder? So, einfach Gold verballert für nixchen. Ja, ne? Wie ich das hasse. Ich bin mir sicher, dass ich alle... ...allerdings angenommen hab, aber kann auch... ...kann mich auch täuschen. Ach so, ich werd mal schnell hier... ...das... ... cases... ... und so sch médico ist... ...und so schwach... ...ust sich das. Um, also sch итоге ist... ...nach... Spanke hat sie ihn dessen dann ich sitze irgendwie nicht gesund ach wir sind hier wo wir haben ja irgendwie erstmal auf den Weg rauchte mhm das Erz ich muss mal dieses Erz holen ne ne das gehört mit zu meiner Queste ach so mhm Düsseldfeinstes Segel mhm wieso hab ich die Erfahrung bekommen? weil ich was umgehauen hab man ach so ich dachte du bist am ne Fähigkeiten erlernt Bergbau ich hab Erz äh was ein da gab es nur einmal Erz vielleicht ein Erz Erz da gab es nur ein Erz drin ja haben die auch gespeckt pfff das wird irgendwie den Weg hier folgen oder? sicher? ne ne doch da oben ist ja ne Abzweigung h wieso ich bin ja komm her okay du bist recht ja manchmal hast du auch recht hh manchmal meinst du immer mit manchmal meinst du immer mit manchmal meinn nicht manchmal Oh, ich bin wieder Erz. Oh, gut, geil. Komm, komm. Ach, scheiße, das ist doch ein Arsch. Was? Was? Ich weiß nicht, ich hab was gefragt. Was hast du denn gemacht? Ja. Hättest du gefragt? Was hast du denn gefragt? Oh, je. Geht's rechts, ne? Die, ah, naja, ja. Keine Ahnung, hab noch nicht auf die Karte gekriegt. Ich glaube, hier geht's nicht runter. Man müsste theoretisch den Weg noch weiter folgen. Ja, dann spring ich hier runter. Wo ist denn hier? Da, wo ich stehe jetzt grad. Sicher, ja? Ja, ich springe. Ich hab meine Kräuter. Du musst du problemen. Wo ist denn problem, 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 okay. Na, wann kann ich die? Den lauf doch mal. Was mach ich denn? Ja, jetzt, jetzt. Otto. Naja. Was ist das, was hier war? Weißt du, weißt du, was ich vermisse? Was? Dass nicht mehr angezeigt wird, wie viel Leben einem abgezogen wird. Ich glaub, man muss das einstellen. Du verlierst dein Leben, kriegst aber keine Anzeige mehr, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, 54.000 weg oder so. Irgendwas. Wurde agro-prämmier. Das ist noch ein Armob. Das ist noch ein Armob. Ja, warte, warte. Was? Wo wird das denn gezeigt? Ne, ich, ich... Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ja, im Prinzip hier gerade, also... Wir sind Kräuter. Ich muss Kräutern. Ich glaub, der ist oben am Rand der Klippe oder sowieso. Was ist das, wie ich mir das noch angezeigt? Buschelfein ist sich irgendwo. Ja, das ist oben. Wir müssen irgendwie... Müssen wir da, ne? Oh, ist ein Bonusziel. Siehste? Ich bin die... Die wird dazu. Wo laufe ich jetzt gegen? Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich bin irgendwo runtergefallen und kann ich nicht wo's. Echt jetzt. Aber... Ich bin doch ein... Der Bonniergang kann fliegen. Das ist irgendwie nicht anders. Hast du die denn für mich? Ne, das müssen wir da. Achso. Was soll ich jetzt machen? Werft den Stein nach einem Sturmjäger-Werbding, um ihn vom Himmel zu holen. Ne, ja. Das hat nicht funktioniert. Aber ich muss wahrscheinlich das Zielfeuer anvisieren. Ich werde hier von Drachen angegriffen. Oh, ich brauche Hilfe. Wenn du so nett wärst. Angeg mich. Na dann tschüss. Ja, tschüss mit dir. Tschüss dir gleich. Das kann ich nicht angreifen. Siehst du, Kito. Oh, was ist das denn? Na, Quest. Weil dieser wohl eher für dich denn? Das für mich. Ich bin gern zur Hauptquests irgendwie. Das muss ja auch irgendwo hier sein. Mhm. Hier hoch, schätze ich mal, kann das sein? Kann nicht jetzt sein. Ja, irgendwo hier kommt das so ein bisschen. Hier ist ein Ei. Ja, gut, hier ist auch so ein Ei-Zot. Das könnte eventuell sein. Also irgendwie funktioniert das mit dem Werben von der Nücke. Ich glaube,